Wir sind jetzt bei Annoldi und Thiem im ersten Stock des Bayerischen Hof. Der Herr Annoldi ist ein Urgestein hier im Bayerischen Hof, schon seit 22 Jahren hier oben. Ja, hier oben 22, vorne 15. Wir haben 82 Grad Radmeter, haben vier Kabinen, ein Spa mit Glastüren, weil wir sehr viele arabische Damen haben und sind auch für die arabischen Damen ausgesucht worden, weil wir der einzige Laden mit Kabinen sind. In München, glaube ich, gibt es nur noch einen, der eine Kabine hat. Und dann sind sie manchmal zu zweit im Tritt drin, weil wir nicht mehr Platz haben, wie die kommen. Aber die sind ganz glücklich dabei, wenn da einfach die Tür zugeht, denen wir den Kopf von der Gehirn sollen, das sie ja nicht sehen. Aber die werden auch immer moderner und klassisch dabei, von Männern frisieren, die färben sich auch plund, also das ist alles vorbei. Aber mit den Kabinen ist es ganz gut, weil sie sich eigentlich doch ein bisschen verbergen können. Ich habe gerade gehört, die Männer kommen zunehmend. Ja, die Männer kommen immer öfters, weil die Jungen alle ganz gern kurze Haare haben, witzige Haarschnitte haben und wir haben jetzt ein sehr junges Personal auch, was auch zuständig ist. Und es ist immer ganz schön, wenn die bisschen frei von Damen und jungen Damen zwischen netten jungen Männern sitzen. Es gibt immer gutes Bild. Wir haben Kerastase natürlich im größten Teil und haben dann noch Biostetik, was ja für Haut besonders gut ist, für Haarpflege das ist schon ganz was Besonderes. Aber Kerastase ist unser Favorit L'Oreal. Sie arbeiten ja auch viel mit Art Deco hier zusammen? Wir arbeiten ganz viel mit Art Deco. Das ist eine unserer Lieblingsfirma, weil sie alles haben, alles vertreten und schön aufgemacht ist. Man kann es gut präsentieren. Also wir haben es ganz gerne, wir schminken auch hier mit Art Deco. Haben wir ja gerade gesehen mit der Alexander Polzin. Ja, genau. Nein, das ist eine tolle Firma. Also die Highlights im Jahr. Wann ist denn am meisten los? Ja, vor allem der Filmball und natürlich die Lehrtagung ist zwar nicht so viel los, wir müssen einen Tag zusperren, aber wir hatten Hillary Clinton hier und das war eine aufregende Sache. Also sie wurde von uns frisiert, die war in Zürich und hat sie gleich zum Voto zur Verfügung gestellt und ja, das hat Spaß gemacht. Aber ansonsten ist die Filmtage, der Filmball vor allen Dingen, das ist schon ein sehr wichtiger Tag. Wie kommt man da überhaupt zurecht, wenn am Abend hier hunderte von Frauen auf gleichzeitig einen Termin haben wollen? Ja, wir engagieren extra Friseure, da sind ja ganz viele und die müssen ja alle um 18 zum Cocktail unten sein, also das geht ganz schnell. Zwischen drei und sechs müssen ja eigentlich alle fertig sein.